Fußball pur in der Bezirksliga am Spieltag und wir schauen zum nächsten Spiel. Wie gesagt, wir gehen in Richtung Eifel zum TUS Mechernich. Dort aufgeschlagen die Jugendsport Wehnau, die erste Generation, die erste Mannschaft. Unter Trainer Marco Bachmann und wir sind gespannt, wie der Ausflug Richtung Eifel war. Mit drei Punkten nach Hause gekommen. Guten Abend, Herr Bachmann. Ja, hallo Herr Juchons. Ja, mit drei Punkten nach Hause gekommen, mit einem 5-0 für uns. Und dementsprechend sind wir zufrieden. Mit einem großen Kader angereist, mit vier verschiedenen Torschützen nach Hause. Da kann in Wehnau ja gar nichts mehr anbrennen in den nächsten Monaten. Ich hatte vorhin im Vorgespräch schon gesagt, Fußball ist relativ schnelllebig. Also wir sind jetzt zufrieden, dass wir 5-0 gewonnen haben, dass wir auch eine ordentliche Leistung gemacht haben. Gerade nach den Spielen zuvor, wo wir jetzt dreimal nicht siegreich waren, war es doch beruhigend, dass wir noch das Tor treffen. Und dementsprechend sind wir doch heute zufrieden nach Hause gefahren. Ja, zufrieden. Ein Doppelschlag in der 15. bzw. 16. Minute in Mechernich. Soweit ich das weiß, ist das ein Aschenplatz in Mechernich? Ja, die spielen seit dem neuesten wohl auf dem Schulbelände, auf dem Naturrasen. War ein guter Platz, also kam uns auch ein bisschen entgegen. War, wie gesagt, kein Aschenplatz. War gut. Guter Zustand. Ja, gehen wir mal auf den Doppelschlag. 15. und 16. Minute. Der Kevin bzw. der André haben dementsprechend den Jubelschrei schon losgelassen. Die beiden Tore, wie sind die beiden entstanden in der frühen Anfangsphase? Ja, es waren beide Situationen, wurden schnell in die Tiefe gespielt. Es war einmal ein Querpass auf dem Kevin, der dann in die linke Ecke gespielt hat. Und der André war auch, der André wäre das, der auch nach einem schnellen Umschaltspiel mit einem Gewaltschuss aus 20 Meter, auch ins linke Eck, schon für eine beruhigende 2-0-Führung gesorgt hat. Ja, sie sahen beruhigend, aber ihre Mannschaft hat nicht nachgelassen, sondern ihr habt vor der Halbzeit noch einen draufgelegt. Ja, das ist auch richtig. Also wir haben vor der Halbzeit das 3-0 gemacht durch den Membui, der wieder nach vier Wochen, nach seiner roten Karte, nach der Sperre von vier Wochen wieder zur Verfügung gestanden hat. Der hat sich dann belohnt nach einem schönen Assist von Max Müller, einem zweiten Sturmpartner. Und ja, sind dann mit dem 3-0 in die Halbzeit gegangen, obwohl man sagen muss, wir haben, glaube ich, das ein oder andere trotzdem noch liegen gelassen und hätten durchaus noch höher führen können. Wie haben Sie die Mannschaft denn in der Kabine empfangen zur Halbzeitpause? Mit welchen Worten? Ja, ein bisschen kritisch, weil wir die letzten fünf Minuten dann doch nicht wirklich souverän gespielt haben, ein bisschen den Schlendern haben einlaufen lassen. Und das habe ich dann versucht, noch schnell wieder aus den Klöpfen zu kriegen, weil wir haben in den letzten drei Spielen einfach immer es nicht geschafft, 90 Minuten in unsere Leistung zu bringen. Und das wollte ich eigentlich verhindern, dass wir genau das diesmal anders machen, dass wir wirklich sehr konzentriert bleiben, dass wir 90 Minuten weiter das Gaspedal drücken und den Gegner dann auch bestrafen. Ja, nach der Halbzeit haben Sie den Max Müller in der 54-Minute rausgenommen. Dafür haben Sie Ihren Joker reingesetzt, den Sven Biermann? Ja, aber das ist Joker. Also der Max Müller hat jetzt seine Chance genutzt. Der Biermann hatte mal eine Verschnaufpause, weil wie gesagt, ich habe jetzt momentan vier Stürmer stehen wieder zur Verfügung. Da kann man dann ein bisschen rotieren. Es war jetzt so 55 Minuten gespielt. Max Müller hat das dato ein gutes Spiel gemacht, aber es war jetzt einfach auch Zeit, frischen Wind zu bringen. Und ja, er hat sich dann gut eingeführt. Der Sven hat zweimal geknipst. Also was will man mehr? Ja, Sie haben es angesprochen. Er hat zweimal geknipst. Einmal durch einen Strafstoß in der 67. und fünf Minuten später nochmal zum 5 zu 0. Mit welchem Tor hat er sich denn heute, sag ich mal, in Ihrem Hinterkopf festgesetzt? Ja, das zweite Tor war sehr ordentlich, weil wir es in der Trainingswoche nochmal mehrfach durchgespielt haben, über die Außen, mit diesem Querpass nach innen. Das sah ganz gut aus. Also das war wesentlich schöner als der Strafstoß. Ja, Sie haben es angesprochen. Die letzten Wochen waren so ein bisschen herb für Sie als Trainer. Nun heute den Durchbruch am sechsten Spieltag? Ja, jetzt lassen wir die Kürze schon drauf. Also wir haben im Vorfeld auch nicht ganz so schlecht gespielt. Wir haben es halt leider nicht geschafft, jetzt das Übergewicht am Torchancen in Siege zu münzen. Jetzt, heute haben wir einen gegen Gegner gespielt, der uns das Leben nicht allzu schwer gemacht hat. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt die Leistung meiner Mannschaft nicht schmälern. Wir haben es sehr ordentlich gemacht. Aber jetzt kommt es einfach darauf an, wie wir weiter marschieren. Wir haben jetzt nächste Woche Sonntag, auch wenn wir jetzt noch weit weg von entfernt sind, haben wir die Steinstraße, die momentan auf dem zweiten Platz rangieren. Und da wird sich zeigen, ob wir wieder eine gute Leistung abrufen können, ob wir eine gewisse Konstanz in die Spiele reinbekommen. Wenn wir das schaffen, sind wir optimistisch. Aber wie gesagt, das ist ein langer Weg. Wir haben noch immer eigentlich im Schnitt eine junge Mannschaft, die es verstehen muss, von Woche zu Woche einfach eine gute Leistung abzurufen. Und nicht einfach mal 95 Prozent abzurufen, dann zu meinen, dass es reicht. Das ist leider nicht der Fall. Ja, man kann zufrieden sein, ganz richtig, was Sie angesprochen haben. Sechs Spiele, zehn Punkte. Man ist mittendrin in der Bezirksliga. Und man hat jetzt, sag ich mal, dementsprechend auch vielleicht ein bisschen die Routine bekommen im Spielrhythmus bei den jungen Spielern. Und Ihr Fußball ist ja erfrischend. Und man sieht ja auch, wo der Wegchen hingeht mit den jungen Leuten. Ja, das soll so auch so sein. Natürlich wollen wir jetzt den nächsten Schritt machen. Wir wollen natürlich jetzt auch den Auswärtssieger auf heimischer Anlage vergolden. Das heißt, wir wollen natürlich gegen Lichtensteinstraß gewinnen. Aber wie gesagt, die ersten Wochen waren jetzt nicht allzu schlecht. Wir haben das Tor leider nicht getroffen. Das war das Übel. Heute, wie gesagt, haben wir auch noch eins liegen lassen. Aber immerhin haben wir schon mal fünf gemacht. Wir wissen, wo wir uns noch verbessern müssen. Wo wir einfach noch ein bisschen Luft nach oben haben. Das ist bekannt. Das wissen wir. Da trainieren wir dran. Aber in Summe können wir eine gute Mannschaft auf den Platz schicken. Wir haben hohe Trainingsbeteiligungen. Die Jungs sind willig und dementsprechend sind wir sehr optimistisch für die Zukunft. Marco Bachmann, Jugendsport Wehnau. Vielen Dank und einen schönen Abend. Ja, danke.